Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Wohnung ist ab November 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf-Eller. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 51 m² beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 790 Euro pro Monat. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017